Der Sand fliegt dann alle Richtung. Jetzt sind sie richtig baden. Sand baden. Schauen, ob sich noch etwas versteckt in diesem Sand. Aber könnt ihr sehen, dass das Bett noch drin hat? Spinne und Spinne. Kuppeln. Ja, das schauen sie jetzt genau, ob da etwas drin ist, was sie fressen können. Aber sie können nichts essen. Oh, jetzt flattern sie recht im Zuge. Mami, mache ich eine Filme. Eine Aufregung. Hol das Kuppelsen. Das ist ein Zipperli. Mami, das ist das Kindle. Ein von den grauen ist nur der Papi. Mami. 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 Mami.